so leute da sind wir beim nächsten game mode und ihr seht es oben schon es geht um plane chase und zwar im original plane chase wie ich das die anderen mal auch schon gemacht habe werde ich euch jetzt erstmal ein wenig die story erklären den paar karten zeigen und so weiter und so fort und danach werde ich euch den game mode erklären die erklärung hiervon ist ziemlich einfach deswegen wird dieses mal im gegensatz zu zb den teros path of the hero wird dieses mal der game erklärpaar sehr sehr gering ausfallen plane chase ist ein multiplayer format es soll im multiplayer gespielt werden plane chase kam im september 2009 steht zumindest 2009 drauf auf den markt und ist ein super cooler spielmodus wo halt sogar ein release event abgehalten wurde was ich einfach cool fand ich habe es persönlich nie leider im laden gespielt nur mit freunden untereinander es sind wunderschöne planes also die planeten von magic sozusagen und ja man hat im ersten set ich glaube 40 planes bekommen dann gab es noch ein paar promo karten die kann ich euch gleich auch noch zeigen das ganze ist so dass diese dex halt in so vier decks kam das ganze ist so dass diese planes halt in vier decks kam nicht jedes deck hatte alle planes sondern es gab vier decks a 10 planes und wenn man alle planes haben wollte musste man sich die dinge halt alle holen es war so gedacht dass eine playgroup halt hingeht und sich vier decks holt das haben wir auch tatsächlich gemacht und die ganzen planes zusammen wirft deshalb das ist auch so bei uns passiert ihr seht auch die karten sind ich weiß nicht ob man sieht im video ich glaube schon ziemlich abgerockt die haben wir auch hart gespielt und unsere vier gruppe hat richtig spaß damit gemacht ich weiß gar nicht was die damals kostet habe ich glaube auch so ein swanny was voll okay war für das echt ein gutes deck dieser zusätzliche spielmodus der damit kam apropos decks ich gehe kurz auf die vier decks ein wir hatten elementale thunder das ist ein rot grünes elemental deck was so ein bisschen auch mit landfall getriggert hat ist ganz cool gewesen dann hatten wir metallic dreams metallic dreams ging halt um artefakte logischerweise vielen richtung merodin da waren halt so klassiker drin meiner meinung nach wie artefaktländer was einfach wunderschön war zu der zeit einfach mal in artefaktländer zu kommen wenn ich mich richtig erinnere war es sogar fünffarbig mit door to nothingness als drittes deck hatten wir strike force strike force war ein rot weißes aggro raffnika auf die schnauze deck richtig cooles teil sehr aggressiv und hatte halt so was wie flammenzungen kawu drin oder eben auch meiner meinung nach eine der schönsten sachen mit akromas wengensch aber auch schon boros signets und weiteres wenn ihr die decks mal geöffnet sehen wollt wie gesagt ich glaube ich habe irgendwo auf dem kanal ich glaube alle geöffnet aber das ist halt keine ahnung zehn jahre her oder so oder fünf jahre her dementsprechend ist die qualität nicht ganz so geil und die dinger findet man nicht mehr so häufig und wenn dann sind die preise gerade im ovp ziemlich hoch dementsprechend ich verweise unten in der video beschreibung mal auf die anderen videos aber macht euch da nicht zu viel hoffnung die sind nicht so geil aber die decks sind geil tatsächlich als letztes haben wir noch zombie empire zombie empire hat halt mit kabel koffers einen der höchsten value meiner meinung nach noxious ghoul fraxian ghoul soulless one das ist ein richtig geiles zombie deck sogar mit fraxian arena ist ein richtig glaube das ist so der der moneymaker in dem in dem peil und diese vier decks haben eben karten des damals bevorstehenden zendikar blocks drin gehabt jeder jedes deck hatte eins davon also wir hatten bis an tds and core statifier und whiplash whiplash trap gott diese namen und diese vier karten waren schon als preview karten in diesem zendikar preview plane chase event decks was an für sich einfach ganz cool ist dann kommen wir zum nächsten part des videos es geht um das plane chase format um die regeln und ähnliches ihr seht schon ich habe hier oben vier würfel liegen die kamen also jeder würfel kam in einem dieser decks der hier ist ein bisschen ein bisschen cheaterhaft weil er ein bisschen hart verkrüppelt ist wenn man das sieht weil er ein bisschen hart rund ist wenn man das sieht aber gut quality control bin ich jetzt auch damals schon nicht gewohnt gewesen plane chase war halt ein casual game format also man hat keine turniere gemacht man hat einfach nur sich hingesetzt mit vier freunden oder auch mehr und hat einfach nur ein bisschen spaß auf dem tisch gehabt diese planner dies also planar würfel wie sie in deutsch schießen sind sehr wichtig dafür tatsächlich denn ein plane ist folgendermaßen aufgebaut wir haben oben einen statischen effekt der sagt in diesem fall von academy at tellaria west zu beginn jeder end step wenn man keine karten auf der hand hat sieht man sieben karten nach das ist stark dazu gibt es hier eben einen effekt würfel das sind zum beispiel die beiden würfel habe ich da reingelegt immer wenn man den effekt würfel würfelt wirft man seine hand weg interessanterweise ist es so diese würfel haben eben hier wenn man das sieht einfach nichts auf den ganzen seiten das sind einfach leere seiten eine effekt seite und eine mal dieses planeswalker symbol wenn man das planeswalker symbol würfelt geht man zum nächsten plane sowie würfelt man jetzt man geht hin und darf das erste mal in jedem zug gratis würfeln ich würfel jetzt mal es passiert nichts wenn ich jetzt aber weiß ich möchte diesen effekt haben dass ich meine hand abwehr von sieben karten ziehe oder ich habe das problem dass ich einen aggro spieler am tisch habe der ganz oft einfach seine hand leer castet und wieder sieben karten zieht dann kann ich für das nächste mal wenn ich den würfel einfach rollen möchte diesen zug einfach ein mana bezahlen den würfel wieder nehmen und wieder rollen es passiert wieder nichts das nächste mal bezahle ich dann zwei mana drei mana vier mana und so weiter und so fort und dadurch ich halt die chance habe also ich jetzt nicht ich bin kacke da drin da da würden wir jetzt von dem plane weg gehen und das passiert folgendermaßen man hat die normalerweise anders rumliegen und dreht dann einfach auf oder man hat die so rumliegen und dreht die dann einfach runter die gefahrt beim runter machen so ist halt ganz klassisch dass man die karten hier unten aufdeckt und die leute dann schon wissen was ist wir haben jetzt zum beispiel den etafluss damit haben wir eine neue passive und einen neuen effekt würfel der passiert wenn man den effekt trifft was die einzelnen planes genau machen und wie die previllies sachen dort so offen aussehen kommen wir jetzt gleich zu wichtig zu erwähnen man darf nur in seinem eigenen zug würfeln und das auch nur wie man eine sorcery macht also in der main phase wenn nichts auf dem stack ist für die leute die sich ein bisschen mehr mit den regeln auskennen wollen die chaos ability ist eine ability die auf den stack geht das heißt der aktivierte spieler bezahlt royalty kosten also der aktive spieler wirft eben den würfel man würfelt jetzt das und auf dieses jeder man wirft seine hand ab kann man noch responden diese karten sind in der commander zone das ist alles für die leute die es halt ein bisschen genauer mit den regeln haben wollen ich finde es ist ein casual spiel und damit sind die regeln relativ biegsam natürlich zählt das nicht nur für die aktivierung sondern eben auch darauf dass man von den planes weg walkt und ja das bedeutet man kann diese fähigkeiten steifeln oder mit anderen fähigkeiten einfach negieren die effekte negieren das macht aber keinen spaß deshalb würde ich sagen kommen wir jetzt zum spaß ich lege die würfel mal hier beiseite und wir gucken uns jetzt die planes an die sind in diesen wunderschönen riesigen karten ihr seht das in meiner hand die sind doppelt so breit wie eine normale magic karte ich nehme hier zum ding ihr seht das schon sind doppelt so breit wie eine magic karte auch dafür gibt es lief das wussten wir damals nicht mittlerweile bin ich so geizig mir die sleeves dafür zu holen wir haben hier die academy of talaria west ich werde jetzt nicht auf die effekte einzeln eingehen ich werde jetzt einfach nur die karten durch skippen und werde mal so ein paar raus pointen ein paar schöne sachen raus pointen und bei allem anderen könnt ihr ja das video pausieren und euch die planes anschauen wie gesagt ich gehe jetzt einfach nur durch und werde da so ein bisschen was zu erzählen adder flows also the adder flows ist halt wirklich so ein so ein ja so ein doppelt gemache das ist rafnikas steht auch immer schön dabei von welchem plane es ist es ist der a grüem ausgesprochen wie auch immer sind halt bei der in der geisterwelt von rafnikar barnd von alera wunderschön auch hier ist zum beispiel ganz witzig es gibt auch fähigkeiten wie exalted oder so können auch passiv auf diesen planes drauf sein und manchmal ist es zum beispiel auch so wenn man jetzt hier den effektwürfel trifft macht man eine grüne weiße oder blaue kreatur die unzerstörbar wird und ja das heißt wenn man der rot grün spieler der rot schwarz spieler am tisch ist der hat nichts davon er möchte natürlich möglichst schnell von diesem plane runtergehen und so ist es halt ziemlich ziemlich witzig dass man da wirklich ein bisschen sich durchprügelt wunderschön chandala es sind auch wirklich alte planes dabei um planes die von denen ich völlig noch nie gehört habe ulgrota habe ich noch nie von gehört wirklich äquilor spieler dürfen nicht enttappen und nur wenn man den effektwürfel trifft darf man alles enttappen das ist ein richtig ätzendes plane feeding grounds das sind einfach das ist wirklich wirklich ein schönes teil und uh glimmerwold mirroden yes ja lüterwein kriegt man 0 1 goats ich gehe jetzt einfach so ein bisschen durch krieg es das für die leute die es nicht interessiert die werden es eh nicht mehr bis hierhin gucken aber ich dachte mir ich schere das so ein bisschen für euch immersturm haben wir jetzt nicht sogar walla walla haben wir jetzt nicht sogar den immersturm in kaladesh ist das nicht so also fesuva is it nochmal auf rafnika krosa auf dominaria dominaria war damals ein richtig seltenes plane mittlerweile kennen wir das plane einfach damals wusste ich gar nicht wo dieses plane halt ist der mahlstrom von alera nicht zu vergessen alera wunderschön minamo schule am gestaden kamigawa sandika wildfire ich stehe da auch wildfire ich habe keine ahnung wo wo die wildfire ist naja nalera dominaria auch echt echt cool und ja das sind halt die ganzen decks und wo kommuniziert der nicole bolas und bolas meditation realms bolas war damals aber noch keine große nummer das kam erst später shadowmoor sarah's realm schön auch hier wunderschön noch artworks eingebaut von anderen sachen das ist glaube ich das sarah sanctum was da eingebaut ist richtig hübsch und richtig schön sie auf the sand in rabia da bin ich mal gespannt ob wir da noch mal hingehen schiff in dominaria kaltheim hier ihr müsst mal gucken 2009 kaltheim ich möchte das nur mal euch mal zeigen wie krass das ist also es ist unglaublich cool sowas noch mal in den händen zu haben und sowas noch mal anzugucken ich würde es auch liebend gerne noch mal spielen gerade weil man braucht halt nur eine person die das ding hat und das geht auch per kamera tourie island kreaturen kosten zwei weniger dann haben wir noch mal rafnika und das letzte was ist ist von lirowine und jetzt kommen noch ein paar zusatz promos diese zusatz promos möchte ich euch auch erklären wie man denn die rankam und möchte ich euch auf die jetzt mal ein bisschen genauer eingehen weil das sind sachen die hat einfach jeder und wenn ihr sie nicht habt man kommt da relativ günstig und easy dran gönnt euch das es macht spaß gerade auch mit den würfeln und wie genau komme ich in dem zweiten video dazu weil es gibt auch noch eine zweite edition davon die das ganze noch cooler macht und auch etwas mitbringt was das ganze sehr einfach macht wenn man einfach nur diese planes haben möchte als allererstes haben wir tasim von sendika und an dieser teil kreaturen können nicht blocken und wenn man diesen würfel hier trifft dann zieht man eine karte für jedes land was man kontrolliert saukooles teil und benefited aggro player die hat man zum beispiel bekommen beim release event von beim release event von plane chase was echt echt cool war weil man die einfach oben drauf bekommen hat wenn man einfach in den laden gegangen ist sehr sehr cool celestial reef auf louvion keine ahnung kreaturen ohne fliegend und ohne island walk können nicht angreifen richtig geil und für den effekt würfel wenn man den trifft bis ein spieler von diesen planes planes walkt kannst du das spiel nicht verlieren und der gegner kann das spiel nicht gewinnen richtig starkes teil solange man halt auf diesem plane dann bleibt das problem ist es werden natürlich alle so viel würfeln wie sie nur können damit man halt von diesem plane runter geht das hat man bekommen zum sendika pre-release einfach so noch oben drauf auch richtig cool dann haben wir horizon boss von piro 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 lea egal alle permanente enttappen werden jedes enttappsegment was super super stark ist und eben auch sehr viel naja kontrollspielern bevorzugt und wenn man den effekt würfel würfelt kann man hingehen und kann drei standardländer aus seinem deck getappt ins spiel bringen was auch richtig richtig cooler ramp ist man sieht hier wunderschön das sind kleine manikirchen das sind menschen diesem riesenblatt hammer super super cool das hat man bekommen bei der gatewatch season glaube ich also sendika gatewatch season oder gateway season ich glaube es war gateway season egal 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 auch da hat man die damals bekommen dann haben wir mirrored depths auch hier haben wir eine gateway season promo was ich ein bisschen doof fand mirrored depths ist auf kasus kasus könnte ein paar leuten sogar noch was sagen und immer wenn ein spieler einen zauber spielt flippt derjenige eine coin also man wirft eine münze wenn er den münzwurf verliert wird der zauber einfach gekontert richtig cool wenn man den effekt würfel trifft dann wählt man einen spieler aus dieser spieler zeigt die oberste karte seines decks vor und wenn es eine nicht land karte ist kann er sie casten ohne die mandakosten zu bezahlen natürlich wenn er sie in dem moment auch casten kann glaube ich wobei es kann auch gut sein nee man er muss er muss dann schon die casting bestimmungen haben dann wird natürlich wieder geschaut nach einer münzwurf ob das ding durchkommt oder nicht super super cool macht halt manche decks richtig broken wenn das mal relativ zügig kommen kann und dann kommen wir zur letzten promo von dem damaligen plane chase soweit ich weiß ich habe zumindest keinen anderen mehr gefunden timber city auf kinshala da will ich auch mal hin das sieht richtig cool aus kinshala auf jeden fall ist das die letzte promo gewesen die hat man bekommen zu einem pre-release event von arch enemy und arch enemy kam ja ein jahr später raus arch enemy ist auch ein format was ich euch noch vorstellen werde beziehungsweise das nächste video wird tatsächlich arch enemy sein und zum pre-release des nächsten videos bekommt man diese karte beziehungsweise bekam man diese karte dementsprechend haben wir hier timber city kinshala immer wenn ein land für mana getappt wird fügt das ding dem besitzer dieses landes einen schaden zu was richtig cool ist weil das bestraft einfach sehr teure ram spieler für einen effekt würfel wenn er getroffen wird muss jeder andere spieler ein nicht land permanent ist opfern was auch richtig richtig cool sein kann und ja das sind so die 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 promo planes dann habt ihr mal so ein bisschen was gehabt wie gesagt wenn ihr da so ein lieblings plane habt meins ist zum beispiel einfach minamo einfach weil es halt in kamigawa ist könnt ihr euch die auch mal gerne rausholen und gerne mal anschauen schreibt mir mal bitte unten in die kommentare ob ihr schon erfahrungen mit plane chase habt ihr ob ihr den spielmodus überhaupt kanntet oder ob das für euch jetzt was völlig neues ist was ich euch hier gezeigt habe und ihr richtig interessiert daran seid wie bei den terors path of the hero karten wenn ihr wollt dass ich das mal spiele ich aktuell ist es schwierig und es ist nicht so geil das über webcam zu machen weil ich persönlich webcam nicht so mag aber für euch würde ich das dann doch machen und würde diese diese plane chase karten mal in eine runde reingeben und würde damit mal spielen und das ganze aufnehmen und euch hochladen wenn ihr da interesse daran hättet würde ich das für euch auch mal tun zumindest bei den plane chase mal gucken ob es dann beide sind oder ob es nur das hier sind das könnt ihr doch entscheiden das andere video kommt auf jeden fall auch noch arch und die kommt als nächstes und wir gehen also aktuell so ein bisschen chronologisch durch dementsprechend hoffe ich das video hat euch gefallen wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin neue blackseat ciao ciao wir sehen uns beim nächsten mal bis dann